Und damit hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal der Klarungsnot. Meine Wenigkeit ist der Halladin und das ist schönes Spiel Sunkenland. Ich hab das ja schon mal aufgenommen, das wurde auch schon hochgeladen. Allerdings wurde mir geschrieben, dass das nicht sehr verständlich ist, was ich da gefaselt habe. Und es ist in der Community treu, wir wollen euch ja gute Videos bieten, deshalb bin ich jetzt bereit, das nochmal aufzunehmen. Ich muss dazu sagen, es wäre nett gewesen, du hättest dazu geschrieben, was du jetzt nicht verstanden hast. Oder ob da einfach keinen Bock auf mich hattest, oder ich weiß es nicht. Weil ich mag Kritik an sich sehr, also klar, bringt ein Jahr weiter. Ich war der Meinung, ich hab ein bisschen oft das Doppelte erzählt, aber ich dachte eigentlich, ich hätte es gut erklärt. Aber wir machen es einfach nochmal. Hotfix V0503 ist raus. Beinhaltet unter anderem ein Bugsfix. Mehrere Fehler und einige kartenspezifische Probleme wie schwebende Objekte wurden behoben. Das ist ein ganz wichtiges Ding, weil ich hatte zum Beispiel so Eisenerz oder Kupfer, was in der Luft geschwebt ist. Und das musste ich dann auch in der Luft abbauen. Das hätte aber müssen eigentlich auf dem Boden stehen. Ähm, das haben sie jetzt behoben. Ich war noch nicht wieder an der Stelle, ich weiß nicht, ob es so ist, aber offensichtlich haben sie ja einen Patch gebracht. Was nicht so ist, ist, dass die Fässer schweben immer noch in der Luft, die haben ungefähr einen Zentimeter Platz zum Boden. Liegt einfach daran, dass die Assets vorher größer waren und die die Skalierung noch nicht nachgejustiert haben. Ist aber nicht so schlimm, finde ich. Das zweite ist das vereinfachte Elektrizitätssystem, in dem es um den Video auch geht. Das werde ich euch dann gleich im Spiel zeigen. Wir haben es benutzerfreundlicher und bequemer gemacht. Und da kommen wir jetzt drauf zu sprechen. Ja, wir befinden uns hier in der Basis, ohne Ton, ohne alles. Ihr wisst, wie es ist. Mit wunderschönen Sonnenuntergang. Es nervt mich, dass es jetzt Nacht wird. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es gut. Denn, äh, dadurch sehen wir die leuchtenden Amateurin besser. Wenn man dann die Lade hochklettert. Ich habe hier oben, ähm, drei Windräder installiert und zwei Solar-Panels. Und, ähm, früher war es eben so, dass das Windrad einen Wert hatte von 600 mAh und bei viel Wind 1.200, 1.600, 1.800. Das hat aber ein bisschen variiert. Das haben sie komplett gekillt. Es ist jetzt so, ihr habt konstant 10. Ich sage dazu, ich habe keine neue Welt angefangen. Ich habe eine bestandene Welt quasi einfach weitergemacht. Die war zwar noch am Anfang, aber es ist keine komplett neue Welt. Also, bei mir ist das so, es bleibt konstant bei 10. Genau wie bei den Solar-Panels, die bleiben konstant bei 25. Was bedeutet das jetzt? Da werdet ihr sagen, okay, von 600 auf 25 oder 10 runter ist ganz schön scheiße. Ist es nicht. Weil, die haben wir natürlich das ganze System vereinfacht angepasst. Es läuft jetzt also so, wenn ihr zwei Solar-Panels habt, habt ihr eine Ampere-Zahl, ich nenne jetzt diesen Wert, von 50. Plus die drei Windräder, die ich gebaut habe, hätte ich einen Wert von 80. Das heißt, ich habe 80 Ampere zur Verfügung. So, wenn wir jetzt von runter gehen und an unseren Hauptschalter gehen, wo ja der ganze Spaß angeschlossen ist, habe ich ja schon mal vorbereitet. Sieht scheiße aus, tut mir leid, aber ist zweckmäßig. Da sehen wir auch ein Plus von 80 und ein Minus von 53. Warum? Weil ich habe ja schon einige Geräte angeschlossen. Interessant ist, dass die verschiedene Wertigkeiten haben. Was heißt interessant, ist eigentlich logisch, aber manches ergibt für mich keinen Sinn. Wir haben zum Beispiel einen Anlass 1000 Ofen, da braucht 30 Ampere. Wir haben die Waffenwerkbank, die braucht 1 Ampere. Ja, tatsächlich, ist so. Der Schredder hat bei mir überhaupt keinen Wert. Also das heißt, wenn ich den anschließe, bleibt der Wert einfach, der dort steht, der verbraucht wird. Bei der Kreissäge sind es 10 und genauso bei dem Aufladegerät der Akkus sind es ebenfalls 10. Somit kommen wir, wenn wir alle Geräte zusammenrechnen, auf einen Wert von 53. So, ach, die Lampe habe ich noch dazu. Genau, die hat 2 Ampere. Kann man außen einschalten. Interessant ist hier, finde ich, du siehst nichts. Na, also das, ja, da weiß ich nicht, was das soll, aber die Lampe, ihr seht es ja hier, die leuchtet null. Also da ist keine, innen drin sieht er ein bisschen eine Lichtquelle, aber das ist eher mehr lächerlich als was bringt. Ist aber egal. Wir kommen auf jeden Fall mit diesen ganzen Sachen auf einen Wert von 53. Das bedeutet also jetzt, im Umkehrschluss, wenn wir alle Geräte, die ich jetzt hier hingestellt habe, wenn ihr die auch hinstellt, braucht ihr Minimum einen Ampere-Wert von 53. So, das sind entweder 6 Windräder, die bringen ja 10, oder ihr baut euch einfach 3 Solar-Panels, dann habt ihr 75. So, oder ihr macht es wie ich und kombiniert es und dann habt ihr 80. Damit kommt ein ganzes Stück hin. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man aber auch noch ein paar Lampen installieren möchte und so über Lichtquellen, ist das jetzt aber so, dass der Stromverbrauch, der abgeht, gleich bleibt. Das heißt, egal ob ihr die Geräte einschaltet oder ob die ausgeschaltet sind, die bleiben bei diesem Wert. Also das heißt, in dem Falle, das Auflautgerät der Akkus hat einen Wert von 10 und das bleibt so. Egal ob der läuft, ob ihr einen Akku reintut oder ob kein Akku drin ist, der bleibt bei 10. Hat den Vorteil, ihr könnt besser rechnen. Ihr müsst jetzt nicht den Verbrauch und sagen, oh Mist, warte mal, ich kann nur zwei Geräte einschalten, weil dann geht es hoch und das ist nicht mehr. Ihr seht also jetzt, Strich, was Sache ist. Ihr braucht 53 Ampere, ihr habt 80, das heißt, das funktioniert. Egal wie oft ihr das Ding anmacht, egal wie viel Gerät ihr zeitgleich laufen lasst, es bleibt bei 53. Hat natürlich den Vorteil, wie gesagt, ihr könnt es besser ausrechnen und demzufolge auch eure obrigen Sachen, wie zum Beispiel Windräder oder Solarzellen anpassen oder Solarpanels anpassen. So, wenn wir jetzt noch ein paar Lampen anschließen, das kann ich euch natürlich nicht sagen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die kleine Lampe hier 3 Ampere hat. Ich habe leider keine gefunden, ich habe mehrere Inseln abgelootet, ihr habt ja auch die Videos oben. Ich habe mit Loot echt Probleme, also ich kriege ganz schlecht Blaupausen. Das heißt, ich habe die ganzen Lampen und so, habe ich alles noch nicht, leider. Ist ein bisschen schade, kann ich euch das jetzt nicht demonstrieren. Ich habe nur die Lampen hier, zum Beispiel einen Kristallkronenleuchter könnte ich machen, Dackenleuchte, die Boja braucht ja keinen Strom. Ähm, die 3 könnte ich machen. Cool wäre gewesen, wenn jetzt hier beim Vorgezeichner dran steht, wie viel Ampere die haben, dass man das gleich weiß und sagt, ah ne, okay, da baue ich doch lieber das oder keine Ahnung. Ist leider nicht der Fall, wir müssten es jetzt bauen. Ich habe aber keine Decke, deshalb lasse ich das auch weg. Es spielt in dem Sinne auch keine Rolle, ihr werdet es ja dann sehen, weil sobald ihr ein Gerät anklickt mit C, also einen Gummi zieht, und geht zu eurem Hauptverteiler hin, dann wird euch gleich angezeigt, was da abgeht. Also wie viel Ampere da frisst. Und demzufolge könnt ihr das super gut einrechnen einfach. Und wenn ihr jetzt merkt, das reicht nicht, dann baut ihr halt noch ein paar solche Windräder oben hin. Ich denke mal, mit dem Wert von 200 bist du raus. Also da kannst du, glaube ich, sehr viele Lampen installieren, bevor da irgendwas einbricht. Und wie gesagt, das Coole ist eben, dass ihr das alles anmachen könnt. Ihr könnt auch das Licht die ganze Zeit laufen lassen. Wenn jetzt zum Beispiel der Wert durch drei Lampen nochmal auf 70 hochgehen würde, und ihr habt aber 80, dann seid ihr safe. Dann könnt ihr die Lampen die ganze Zeit anlassen, ihr müsst euch nicht mehr kümmern, außen einschalten. Das bleibt bei 70. Es wird sich nicht mehr ändern. Hat einen Vorteil, hat aber auch den Nachteil, dass das Wetter jetzt eigentlich gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Weil es ist egal, ob ihr das Windrad aufstellt, wenn wenig Wind geht oder wenn viel Wind geht, es bleibt bei 10. Die Solarpanels genauso. Ihr könnt auch, die laufen nachts genauso auf 25. Macht jetzt ein bisschen weniger Sinn, aber es ist halt bedeutend einfacher. Ihr müsst nicht mehr aufpassen und sagen, oh, warte mal, ich muss das mal ausmachen, um Strom zu sammeln, um dann vielleicht mal ein, zwei Tage durchlaufen zu lassen. Und ihr müsst auch nicht mehr die Insel verlassen und sagen, ah, warte mal, ich muss erst die Lampen ausschalten und das und das und das. Sonst verbraucht ihr zu viel Strom, das reicht dann vielleicht nicht mehr. Am Anfang war es auch so, wenn ihr jetzt genug solche Batterien gebaut habt, in denen da Strom gespeichert wurde, dann musstet ihr euch darüber auch keinen Kopf machen. Also ich hatte eine, ich glaube, wir hatten 80.000 Ampere, wenn es reicht. Und das, was abging, waren 40.000 und das hat aber ein bisschen hoch und runter geschwangen. Dann gab es aber auch mal Gewitter, da ist wieder ein Haufen reingegangen und so. Ich habe es eigentlich die ganze Zeit angelassen. Ich habe das nie ausgemacht, das Licht. Und das hat auch gereicht. Aber trotzdem ist es hier jetzt so, ihr braucht euch absolut keine Sorgen mehr machen. Hat jetzt für den Überlebensaspekt ein bisschen weniger Sinn, weil es einfach in meinen Augen, also es ist zu einfach. Ihr müsst doch nichts mal rechnen, aber es ist halt, also das Wetter und so, was jetzt ja eigentlich so cool ist und was ja auch ein bisschen ausgelegt wurde auf Windräder oder eben Solarpanels, dass eben am Tag mehr Strom produziert wird und so weiter, hat jetzt eben keine Relevanz mehr. Das Wetter ist da, das ist schön, aber es nützt euch nichts mehr in dem Sinne. Die Blitzablader funktionieren nicht bei mir. Ich kann die nicht anschließen, ich weiß nicht warum. Also da steht auch Cook da und nicht anschließen. Ja, wie ihr seht, also ich kann das Ding kochen, aber ich kann es nicht anschließen. Verstehe ich nicht, ist mir ein Rätsel. Ich habe es in mehreren Varianten versucht. Aus mehreren Perspektiven ist es nicht möglich, da ein Kabel ranzukriegen. Keine Ahnung, also da speist auch kein Strom ein und da schlägt auch kein Blitz mehr ein bei mir. Also das hat ja oben dann immer so geblitzt. Da wusstet ihr, okay, da produziert quasi jetzt Strom. Ist bei mir nicht mehr, kann ich mir nicht erklären. Weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich ein Fehler, den die Entwickler vielleicht noch nicht wissen oder der jetzt gänzlich ein Problem ist. Das nächste, was ich als gänzliches Problem habe, ist, es gibt auch diese Speicherkapazitätssachen nicht mehr, wie zum Beispiel den kleinen und die große Batterie. Die gab es ja und da konntet ihr ja dann nochmal zusätzlichen Strom speichern, was zwar jetzt in diesem Testzweig des Stroms sinnlos ist, weil wozu solltet ihr mehr Strom speichern? Es bleibt ja konstant dabei. Strom speichern macht ja nur Sinn, dass wenn ihr eben einen gewissen Puffer habt und geht dann weg von der Insel und es wird gerade kein großer Strom produziert, habt ihr aber immer den Puffer noch, der dafür sorgt, dass die Lampen und so trotzdem anbleiben. So, das braucht ihr jetzt aber nicht mehr. Ihr könnt ja trotzdem alles anlassen, wie ihr seht und es ist einfach egal. Also demzufolge macht die Batterie auch keinen Sinn. Die gibt es auch bei mir nicht mehr. Ich konnte die lernen an der Waffenwerkbank, aber ich habe die hier nicht mehr drin, bei Elektronik. Genauso ist auch das Interessante, dass der Blitzableiter nicht, da ist jetzt beim Bett dabei, das hatten wir schon mal, glaube ich, das Problem. Das ist einfach falsch angezeigt, weil was macht der Blitzableiter hier? Aber hier steht sogar, 300 Kapazität mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit, dass sie bei einem Blitzschlag absorbiert wird. Hier steht sogar noch, 300 Kapazität, das bezweifle ich jetzt, da es ja geändert wurde. Ich glaube einfach, das ist auch fehlerhaft. Das ist im Spiel noch drin, aber das wurde noch nicht angepasst. So wie die Solarpanels und auch die Windräder wurden ja angepasst, aber ich glaube, der Blitzableiter einfach noch nicht. Und deshalb ist da halt, ja, es ist halt nicht machbar. Ich habe oben einen und unten einen, egal wie ich es mache, ich kann da nichts anschließen. Ja, das war mein kleines Tutorial zum Stromverbrauch. Ich hoffe, ihr habt es diesmal besser verstanden und es war besser erklärt. Vielmehr kannst du dazu ja nicht sagen, was soll ich jetzt noch erklären? Es ist ja auch offensichtlich irgendwo und es ist ja auch viel einfacher gemacht. Es ergibt sich halt alles von selbst. Und wie gesagt, sobald ihr ein Gerät anschließt, seht ihr dann auch, was ihr dafür verbraucht. Und dann könnt ihr auch entscheiden, okay, ich nehme die Lampe, ich nehme sie nicht. Oder ich brauche eben noch zwei, drei Windräder oder eben nicht. Was der Nachteil ist, sollten jetzt Geräte dazu kommen oder eher viele Millionen, tausend Lampen auf der Insel bauen und die Kapazität wirklich massiv einbrechen, weil die einfach nicht reicht. Dann müsstet ihr ja, um das zu kompensieren, unglaublich viele Windräder oder Solarpanels bauen. Auf meiner Fläche oben kriege ich noch massig hin, also da kriegst du bestimmt noch 20 Stück hin. Da bist du raus, 20 mal 25 Ampere. Das sind 500 Ampere. Also das wäre schon krass, wenn das nicht ausreichen würde für Licht und sowas. Aber trotzdem jetzt mal als Beispiel, wenn ihr das ein bisschen kleiner gebaut habt oder so oder manche bauen ja vielleicht nur vier, fünf Stück. Das hätte ja früher auch gereicht. Das reicht dann halt jetzt hier nicht mehr, wenn ihr da massig Geräte anschließt. Oder wenn ihr zum Beispiel als Stripe spielt und jeder möchte einfach seine eigenen Geräte haben und ihr stellt halt mehrere solche Werkbänke auf oder sowas, wobei die drei Ampere frisst. Aber jetzt ist es halt ein Beispiel. Oder mehrere Anastasia-Ofen, dann müsst ihr natürlich rechnen, ein Anastasia-Ofen hat 30. Wenn ihr drei Stück davon habt, braucht ihr ja alleine für die Öfen schon 90 Ampere. Das würde bei mir dann nicht mehr reichen, dann müsste ich dann noch ein Solarpanel dazunehmen, zum Beispiel, da hätte ich 105 und so weiter. Ja, das muss man sich ein bisschen ausrechnen, aber es ist an sich einfacher geworden. Es ist nicht mehr so komplex mit diesen Umrechnungen, mit diesen Speicherkapazitäten und sowas. Das war auch nicht ganz ersichtlich, muss ich auch dazu sagen. Der gute Speedtor und der Klunger und ich haben das auch nicht so richtig verstanden, weil das auch nicht wirklich funktioniert hat. Es wurde dann auch nochmal nachgepatcht, dann ging es besser. Und es hat zumindest funktioniert, das hat es auf jeden Fall. Aber richtig verstanden, wie was da jetzt eingespeist wird, hat man nicht so wirklich, fand ich. Das ist jetzt schon viel einfacher gemacht. Ja, schreibt mal, ob ihr das besser findet oder das alte System besser fandet. Ich bin gespannt, ob das so bleibt. Oder es ist ja, wie gesagt, ein Testzweig und die haben das jetzt mal gepatcht. Und auch da ist ja wieder der Punkt, wenn ihr das annehmt und sagt, ey geil, dann lassen sie es. Und wenn ihr sagt, nee, oder die Entwickler selbst entscheiden, ah nee, das ist doch zu einfach, dann nehmen sie es wieder raus. Hat man auch schon oft, ist ein bisschen auf und ab. Wir können es also hier nicht drauf verlassen, aber im Moment läuft es noch. Und im Moment ist der Patch raus. Und im Moment ist das neue System so vereinfacht. Ja, wie gesagt, schreibt rein, ob ihr es gut findet. Ich hoffe, ich konnte dich jetzt besser bedienen und habe es etwas besser erklärt. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Also noch anders erklären kann ich es nicht. Und wenn Fragen sind, könnt ihr die ja immer gerne reinschreiben. Ja, ansonsten sage ich danke euch für's Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und tschüss mit du.